Willkommen zu diesem neuen Testvideo hier bei Pyro Extreme Germany. Heute stelle ich euch das Bombenrohr-Festival von Panda Feuerwerk vor. Enthalten sind drei verschiedene Bombenrohre im Kaliber 30 mm und die NEM pro Stück liegt bei 25 g. Das Ganze ist natürlich in F2 eingestuft und wie ihr auf diesen Bild erkennen könnt, haben die Bombenrohre auch eine CE-Nummer, sprich ihr könnt diese Bombenrohre auch nach Mitte 2017 noch verwenden, was ein absoluter Pluspunkt ist. Wie und in welcher Form diese Bombenrohre noch importiert werden, kann ich nicht sagen, weil die Zukunft von Panda ja total unschlüssig ist. Keiner weiß da irgendwie was genau ist, was mit der Firma passiert bzw. mit den Artikeln. Deswegen, wenn euer Online-Shop die Bombenrohre noch hat, dann greift auf jeden Fall zu. Ich habe jetzt für die Packung, glaube ich, 6 Euro bezahlt, also der Preis pro Bombenrohr liegt zwischen 2 und 3 Euro und meiner Meinung nach ist dieser Preis auf jeden Fall gerechtfertigt, aber davon könnt ihr euch jetzt im weiteren Verlauf des Videos selbst ein Bild machen und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Zündung. und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Zündung. 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 Bis zum nächsten Mal.